Ja, es ist mittlerweile Oktober und das heißt auch nicht mehr lange hin bis Weihnachten bzw. bis zur Adventszeit geht es sogar noch kürzer. Und deshalb unsere Christmas Season Opening Sendungen, die wir haben. Wir fangen ganz gemütlich an mit Gemütlichkeit und mit Wärme. Und Wärme ist was ganz, ganz Wichtiges. Ich glaube, wir fühlen uns alle wohl, wenn wir nicht frieren, sobald man friert, verkrampft man auch. Ich bekomme, wenn ich friere, was sehr selten passiert, aber dann bekomme ich immer Rückenschmerzen, weil sich meine Rückenmuskulatur ganz arg verspannt. Also Sie werden auch sich nicht wohlfühlen, wenn Sie frieren. Und Wärme ist was ganz Wichtiges. Aber für mich die angenehmste Wärme ist Infrarot-Tiefenwärme. Und genau zu diesem Thema haben wir jetzt ganz, ganz viele Produkte für Sie. Und ich weiß, ich bin nicht der Einzige, der Infrarot-Wärme liebt. Sie vielleicht auch, aber eine ganz sicher. Und das ist Danny. Da hast du natürlich recht, lieber Ralf. Und deswegen, ich ziehe jetzt auch mal meine Schuhchen aus und mache es mir mal gemütlich. Denn wir haben ja hier wunderbare Infrarot-Produkte. Wir fangen mal vorne an. Dieses wunderbare Ferninfrarot-Standpanel. Das ist faltbar, möchte ich Ihnen mal kurz zeigen, wie leicht man das mitnehmen kann und transportieren kann. Schauen Sie mal, ganz einfach zu mitnehmen. Ich habe es bei mir im Büro stehen. Aber wenn ich dann Homeoffice mache, zu Hause am Wochenende, kommt das natürlich zu mir nach Hause. Ganz, ganz einfach mitzunehmen. Portabel eben hier. Dieser Alu-Rahmen ist auch so ein tolles Qualitätsmerkmal. Und hier der Regler auch ganz einfach zu bedienen. In, on, off und dann hier sechs, fünf Stufen ganz frei zu regeln. Und ich sage Ihnen, diese Wärme tut so gut. Es geht ja in die obere Hautschicht rein und wärmt nicht die Raumluft auf, sondern das geht in Gegenstände. Oder eben in mein Bein, wie es hier so steht. Das heißt, das Raumklima wird nicht beeinflusst. Es bleibt komplett neutral. Wir haben also keine trockene Raumluft von Heizungen, wie das oftmals der Fall ist. Und dann hat man vielleicht Schleimhäutprobleme. Hier sieht man auch gut in diesem Diagramm, wie diese Infrarotwärme funktioniert. Es wärmt von innen. Tiefwärme kann die Durchblutung stimulieren. Das stimmt. Und bei Verspannungen helfen und den Stoffwechsel anregen. Ja, sie verbrennen sogar mehr Kalorien. Also hier das ein oder andere Plätzchen mehr geht dann sogar auch noch. Also wir haben ausschließlich Vorteile. Keine trockene Raumluft. Gut für die Schleimhäute. Auch bei Hautproblemen, Extrem, kann das tatsächlich auch diese Hautprobleme lindern. Es löst Verspannungen. Meine Mama setzt sich immer davor, wenn sie Probleme im Ischias hat, dann löst sich da die Verspannung. Es geht in die Oberhautschicht rein. Sie verbrennen Kalorien und sie wärmen von innen. Das ist so eine wohlige Wärme. Es ist wie so eine Wellness-Oase. Und das im Büro. Oder hat man im Fernsehen gucken, wo sie es möchten. Einfach mitnehmen. Das ist ganz, ganz einfach zu tragen. Was ich richtig toll finde an Infrarot-Tiefenwärmen und Danny hat es gerade gesagt, die Raumluft wird nicht separat angeheizt. Das heißt, Sie atmen Ihre frische Luft, die normale Temperatur, aber die Wärme haben Sie. Weil wenn Sie das mit Heizstrahlen oder Ähnlichem machen würden, wäre ja der ganze Raum auf, ich sage jetzt mal, eine Hausnummer auf 25 Grad. Und dann atmet man diese warme Luft. Das ist unangenehm. Frische Luft atmen, aber trotzdem die Wärme spüren. Und das geht mit diesem Solarpanel. Solarpanel, sage ich schon. Es fühlt sich wie die Sonne an. Richtig. Falschbares, ja. Nicht weitergeholt. Können wir gerne mit Sonnenstrahlen vergleichen. Aber für gerade mal 59,44. Und dabei ist das Ganze auch noch sehr energiesparsam. Ja, eben. Wie Sie sparen Energie. Weil ganz ehrlich, mehr als 315 Watt Leistung kommt hier auch nicht raus. Das heißt, es ist auch noch wirklich Energiesparen. Also Sie haben ja die Möglichkeit, hier zu regeln von 55 Watt bis 315 Watt. Ein Regler, alles im Blick, ganz einfach zu steuern per Kabel. Hier angeschlossen, 230 Volt Steckdose. Es ist praktisch, es ist günstig, es ist gut, es ist Wellness. Es macht Sinn. Es macht einfach fünfmal Sinn. Und zu unserem kleinen Preis sowieso. Und ich sage Ihnen, von 30 bis 80 Grad ist das im Nu warm. Und ich sage Ihnen, jetzt wo es so ein bisschen grau und nass wird und diese Nässe in die Knochen förmlich geht, da ist diese Wärme so eine Genugtuung. Ich sage Ihnen, ich bin förmlich so ein bisschen süchtig danach. Also einfach Vorsicht stellen, einschalten mit der Wärme, die Sie fühlen wollen. Und ich vergleiche das immer gerne. Vielleicht kennen Sie das auch, wenn man kalte Hände oder kalte Füße hat, sind wir gerade als Kinder oder Jugendliche früher einfach an Heizkörper Hände draufgelegt. Da hat man immer gemeint, die Oberfläche verbrennt schon. Im Inneren war es immer noch kalt. Und hier kommt die Wärme von innen raus. Es ist Tiefenwärme, es ist angenehme Wärme. Und wenn Sie dann mal kalte Füße, kalte Hände haben, nee, so weit kommt es mit diesem Panel gar nicht. Aber wenn es dann mal so weit wäre, dann wird von innen heraus gewärmt. Und das unglaublich leistungsstark, aber nur maximal 315 Watt Verbrauch. Und wenn ich bedenke, wenn du mal so einen Heizlüfter, so einen kleinen aufstellst, die haben meistens so zwei Heizstufen, 1000 Watt oder 2000 Watt. Das ist ein Bruchteil auch des Energiebedarfs. Und wer einmal Infrarotwärme gespürt hat, der möchte die auch nicht mehr missen, weil es eine angenehme Tiefenwärme ist. Es ist einfach vom Gefühl her, es ist das Wohligste, was man so spüren kann. Und es tut auch wirklich dem Körper gut. Also es geht in die Hautschicht rein, es schadet nicht den Schleimhäuten. Es lindert sogar, also es kann Hautreizungen lindern, also Exzem oder Trockenheit, löst Verspannungen, regt den Stoffwechsel an und die Verdauung. Sie haben vielleicht, glaube ich, ein bisschen mehr Hunger. Einfach nur Pluspunkte, kann ich sagen. Bei diesem Gerät haben wir natürlich auch einen Umfallschutz. Sprich, wenn es umfällt, geht es aus. Es wird nicht dann einfach auf dem Boden sich weiter erhitzen. Und nach drei Stunden schaltet es sich sowieso sicherheitshalber ab. Und dann können Sie wieder neu regeln. Es ist wirklich an alles gedacht. Es ist ein Qualitätsprodukt. Hier mit dem Alumarm ist es wirklich wunderbar. Also wenn du mal vergessen würdest, es auszuschalten, schaltet es sich automatisch aus. Das ist ja auch eine tolle Option. Und wenn Sie weiterhin Wärme wollen, einfach wieder frisch einschalten, dann geht es wieder los. Die Bestellnummer für dieses wirklich sagenhafte Infrarot-Panel, was bei Danny übrigens unterm Schreibtisch rund um sie herum steht, um ihr Wärme zu geben, das hat die Bestellnummer, die wollte ich sagen, die NX 4875 und die 569, der Preis jetzt gerade mal 59,44 Euro. Wenig Folgekosten, da wenig Energiebedarf. Das ist wichtig, aber enorme Folgen durch die Wärme, die Infrarot-Tiefenwärme, die Sie spüren werden. Und wenn man es nicht braucht, faltet man es so zusammen. Gucken Sie mal, das ist so dünn dann. Und dann stellt es beiseite und wenn man dann wieder die Wärme braucht, dann wieder aufbereiten. Das ist also schon mal ein absolutes Highlight. Viele von Ihnen oder einige von Ihnen haben mit Sicherheit eine Fußbodenheizung. Und die ist auch sehr angenehm, aber da braucht es eigentlich immer sehr lange Vorlaufzeit, bis der ganze Raum durchgewärmt ist. Und kalte Füße, das ist was ganz, ganz Schlimmes. Es fängt an den Füßen an und dann fühlt sich der ganze Körper unwohl. Und deshalb hat uns Danny jetzt Ihre kleine Fußbodenheizung mit Infrarot-Technologie für überall ganz schnell bereit mitgebracht. Also ich bin so eine Person, die hat immer kalte Füße und eine kalte Nase, sogar im Sommer. Also wenn Sie auch jemanden kennen, der immer kalte Füße hat, dann ist es wirklich ein perfektes Geschenk, weil die Person wird sich immens darüber freuen. Weil bei mir sind die Füße so kalt, ich sitze dann mit Wollsocke, mit Hausschuh vor der Heizung und diese Füße werden aber nicht warm. Tja, aber jetzt schon, denn ich habe ja hier diese wunderbare Fleece-Matte, eine Infrarot-Bodenmatte, ganz schön beschichtet mit so einem Fleece. Es ist wirklich auch noch schön kuschelig weich. Und ich sage Ihnen, dann geht diese Wärme tatsächlich in meinen Fuß, geht in die obere Hautschicht rein und endlich kriege ich diese Füßlein warm. Also das ist einfach so eine Wohltat, weil ich kriege die sonst nicht warm. Und wenn Sie auch jemanden kennen, dem es so geht, dann bitte, bitte, bitte schenken Sie diese Fleece-Matte, weil dann hat die Person gleich bessere Laune, dann geht es Ihnen auch besser. Das kann ich Ihnen versprechen. Ich muss jetzt gerade ein bisschen schmunzeln, weil jeder Mann, der in einer Partnerschaft lebt, hat das schon mal erlebt. Der muss immer die Füße wagenkuschen. Oberfläche wird geheizt, sondern die Infrarot-Tiefenwärme wärmt von innen. Und dann geht es unseren Frauen wieder gut. Und das habe ich auch in meinem Leben schon erfahren. Wenn es den Frauen gut geht, geht es uns Männern auch gut. Richtig. Warme Füße, gute Laune, kann ich bestätigen. Und das ist ja wirklich hier ein ganz, Sie haben gesehen, wie einfach man das zack aus dem Schrank rollen kann. Man hat auch so einen kleinen Gurt, den kann man drum befestigen. Dann wickeln Sie es drum und stecken es einfach irgendwo in den Schrank. Wenn es gebraucht wird, hier, Diana macht es auch vor im Büro, auch einfach mitnehmen, einstecken. Ganz ehrlich, es ist ja vom Verbrauch auch so klein, maximal 155 Watt. Da müssen Sie aber auch schon wirklich auf die 60 Grad maximal stellen, dass Sie diese 155 Watt tatsächlich auch dann im Gebrauch haben. Das sehen Sie nicht auf der Stromrechnung. Ja, und das übrigens nur sogar noch weniger. Hier haben wir 155 beim großen Fix. Richtig, 60 Watt, 60 Watt, 60 Watt, das merken Sie es wirklich nicht. Hier überhaupt nicht, was ich auch schön finde. Wir haben es jetzt auf dem Teppich, da bräuchte man das einfach nicht, aber man kann das ja auch auf dem Parkett benutzen. Auf der Unterseite haben wir so eine alte Rutschbeschichtung. Das ist einfach toll. Also auch wenn Sie einen glatten Boden haben, egal ob das ein Steinboden ist, da kann es ja ganz schlimm werden mit den kalten Füßen. Legen Sie es drauf, unter das Büro oder, was ich mir natürlich auch vorstellen könnte, so wie wir jetzt sind, am Couchtisch, beim Fernsehschauen. Geben Sie Ihrer Frau gar nicht die Möglichkeit, kalte Füße zu bekommen. Kaufen Sie ihr eine solche Infrarot-Fußmatte. Schmeichel weicher Fließstoff. Da sehen wir die Unterseite, was wir gerade erwähnt hatten mit der Anti-Rutsch-Beschichtung, die also wirklich auch bei glatten Böden hält. Und der Stromverbrauch, den können wir komplett vernachlässigen. Und der Preis ist auch wieder gigantisch. 37,48 Euro. Das ist natürlich wieder exklusiv für Sie Ihr TV-Sonderpreis. Und ich glaube, manche Männer würden ein Vielfaches davon ausgeben, wenn endlich ihre Frauen warme Füße hätten. Das ist jetzt möglich. Ich sage Ihnen, warme Füße, weniger Streit, besseres Wohlempfinden, bessere Laune, weniger Streit. Das ist ganz, ganz einfach, liebe meine lieben Herren. Also wirklich da nicht zögern. Verschenken Sie so Fußwärme einfach an die lieben Frauen meistens, die eben diese kalte Füße haben. Und die kalte Jahreszeit geht ja jetzt erst los. Wir wollen ja nicht frieren. Wir wollen ja echt kuschelig warm. Gerade in dieser Zeit ist ja ein bisschen schwierig. Warme Füße, warmer Körper. Also es geht ja vom Fuß direkt in den Körper. Wie gesagt, er erwärmt nicht die Raumluft, sondern geht in Gegenstände. In dem Fall eben da in den Fuß. Kommt da an, wo es gebraucht wird. Und das ist nämlich das Schöne. Hier ist nämlich so eine Kabelbedienung, Fernbedienung dabei. Einfach einstecken. 230 Volt. Dann können Sie das regeln bis 60 Grad. Ganz einfach, stufenlos. Voila. Und hier ist natürlich auch an alles gedacht. Überhitzungsschutz ist auch drin. Und dann im Sitzen ganz bequem bedienen. Und dann einfach, ah, Wehle baumeln lassen. Wellness-Oase für Sie zu Hause. Beim Fernsehgucken. Ich habe es hier auf den Teppich gelegt, weil ich finde, das Vlies auf Grau ist halt optisch sehr, sehr schön. Sieht natürlich schön aus. Aber auch gerade, wenn man in einer Wohnung wohnt, wo unten geheizt wird und oben drüber, ist es nicht so schlimm mit dem Boden. Aber jetzt angenommen Erdgeschoss, Keller drunter, da läufst du auf den Boden, da kommt von unten nur Kälte hoch. Das heißt, der Boden ist tiefenkalt. Und dann ist sowas natürlich Gold wert. Aber ich würde es überall verwenden. Weil, und das hat Danny vorhin ganz toll beschrieben, die klimatischen Verhältnisse in Ihren Wohnräumen oder dort, wo Sie es benutzen, werden nicht verändert. Also keine Veränderung der Luftfeuchtigkeit. Normaler Heizungsluft macht ja oftmals sehr, sehr trockene Luft. Und dementsprechend haben wir hier das eben nicht. Wir haben nur die kuschelige Tiefenwärme durch Infrarot. Und das ist wirklich toll. Und dieser Preis ist fantastisch. Das kann ich sagen, weil ich habe mich mal schlau gemacht mit Vergleichsangeboten. Und die liegen oftmals beim Doppelten und mehr. 37,48 Euro und nie mehr kalte Füße. Ich glaube, viele Frauen würden für diese Aussage, nie mehr kalte Füße, ein Vermögen ausgeben. Absolut. Das ist eine Nische überhaupt. Das ist eine Erfolgsnische, die man jetzt hiermit füllen kann, sozusagen. Und noch ein anderer Trick oder ein kleiner Rat. Legen Sie sich die doch einfach mal anstatt einer regulären Heizmatte ins Bett. Das ist Tiefenwärme am Rücken. Und dann kann sich der Ischias, die untere Rückenmuskulatur, wie bei dir, Ralf, komplett entspannen. Also du meinst, wenn man verspannt ist oder wenn man Schmerzen hat? Wärmetherapie, Infrarot-Tiefenwärmetherapie. Warum nicht? Probieren Sie es aus. Es kostet ja wirklich nicht alle Welt hier. Und ganz nach Ihren Bedürfnissen können Sie es einstellen. Bis zu 60 Grad Infrarot-Tiefenwärme. Und das bei gerade mal einem Stromverbrauch von 66 Watt. Die Bestellnummer hier für unser erstes Fließ oder für unsere erste Fußbodenmatte mit dem Fließstoff ist die NX 8926 und die 569. Der Preis 37,48 Euro. Und hier haben wir die Maße. Ich glaube, da sehen Sie so knapp einen halben Meter auf einen halben Meter. Also 50 auf 55 Zentimeter, um genau zu sein. Und warum ich jetzt so genau bin? Weil wir haben auch noch eine zweite, auf der ich mittlerweile meine Füße hätte. Aber der neben dieser großen Fließmatte, die kann man jetzt auch komplett hinter den Couchstisch legen und dann hat die ganze Familie warme Füße. Ja, genau. Also ich würde sagen, so ein Pärchenfußwärmematte oder eben auch ja zu dritt, wenn man sich ganz warm als Familie eben drauf kuscheln möchte. Oder noch eine andere Option. Ich sitze ja hier auch gerade aus der kleinen Matte hier im Spiel, im Kinderzimmer von den Kindern. Ja, zum Spielen für die Kinder, wenn die drauf spielen. Weil man hat ja unten auch manchmal so einen Zug. Und das merkt man oben gar nicht. Das ist ganz, ganz wichtig. Oder auch gerade hier bei den Babys. Infrarotwärme niedrig gestellt, immer schön sanft einstellen. Und dann schauen Sie, dass das Spielerlebnis auch viel sicherer und viel schöner ist. Weil da unten, wenn es kuschelig warm ist, da bleibt man natürlich auch als Erwachsene dann viel lieber länger mit Geduld sitzen. Richtig, aber das Kleinkinder ist natürlich ein gutes Argument. Weil ich kenne auch über dem Wickeltisch diese Infrarotlampen. Da nimmt man ja auch keine Heizstrahler, sondern Infrarotlampen, weil das auch den Babys gut tut. Und wir haben übrigens beide vor der Sendung diskutiert, kann man die Schuhe anlassen, spürt man das trotzdem? Und wir wussten es beide nicht, aber ich kann es dir jetzt beantworten. Ich habe die Schuhe nämlich noch an, die Heizmatte ist an, also die Infrarotmatte. Und ich spüre die Wärme durch die Schuhe durch. Das ist einfach phänomenal. Natürlich direkt Wärme. Ziehen Sie die Schuhe aus, man hat ja zu Hause sowieso nicht die Schuhe an. Aber das finde ich perfekt. Aber das bringt mich dann auf eine Idee, weil man könnte jetzt zum Beispiel, wenn Sie so einen Stand betreiben beim Weihnachtsmarkt zum Beispiel, und das ist eine Wärme, die geht in den Schuh, in den Fuß, in den Körper, dann könnte man ja das tatsächlich auch. Aber da haben wir jetzt nachher Beispiele, da zeige ich Ihnen, da haben wir genau das Richtige für Sie. Wenn Sie mal auf dem Weihnachtsmarkt stehen, ich habe schon mal so eine Standhütte betrieben, du wirst einfach eiskalt, egal was du da für eine Wärme vor dir stehen hast. Wenn du nicht nur Weihnachtsmarkt, Wochenmärkte oder du stehst auf dem Flohmarkt, ich glaube, da sind auch einige, die da arbeiten, den ganzen Tag auf den Füßen, kalter Boden, da kommt da gar keine Wärme von unten hoch, dann wäre das auch perfekt. Absolut. Ich finde es klasse, diese Fernbedienung hier ist toll, weil ich genau auf den Grad genau das einstellen kann. Also die sind ja eigentlich identisch, das sind die gleichen, aber hier low, high, also bis maximal 60 Grad. Ich finde es klasse und ich spüre es, das hat mich wirklich auch interessiert, spüre ich diese Tiefenwärme durch Schuhe durch und ich kann Ihnen sagen, ja. Ja, und ich, eigentlich lädt Sie ein, um sich draufzulegen. Förmlich würde ich mich da jetzt gerne drauflegen und ein bisschen einfach nur so genießen. Aber ich sitze hier auf meiner kleinen Bodenmatte. Also Sie haben ja wirklich bei Infrarotwärme ausschließlich Vorteile. Es ist eine tiefe, Tiefenwärme, es ist eine direkte Wärme, die in die Haut geht. Also man erwärmt das Raumklima nicht. Man hat eine Tiefenwärme, die geht in die oberen Hautschichten. Somit regt es den Stoffwechsel an, wirkt durchblutend. Sie können ein bisschen Plätzchen ein oder anderes mehr essen. Das sehen wir nochmal hier, wie die Infrarotwärme von innen wärmt und die Durchblutung eben stimuliert und auch Verspannungen dann lösen kann. Und genauso eben bei extrem problematischer trockener Haut und eben trockene Schleimhaut werden hier nicht hervorgehoben, sondern es bleibt alles schön neutral und es ist eine wohlige, guttunde Wärme. Das erste Mal mit Infrarotwärme in Berührung gekommen bin ich in meiner Sturm- und Drangzeit, als ich aktiver Sportler war. Bei einer Sportverletzung wurde mir öfter mal Infrarotbestrahlung verordnet. Und das war eigentlich, denke ich, jetzt mal das gleiche Infrarot-Tiefenwärme, die hier so enorm funktioniert. So, hier sehen wir für beide Matten mit den Vlies nochmal die Bestellnummern. Die kleinere Matte 55x50 cm hat die Bestellnummer NX8926 und die 569. Und die größere mit einem Meter 5x55 hat die Bestellnummer die NX8927 und die 569. Also die kleine für Einzelpersonen, die größere für ganze Familien hinterm Sofa oder auch wenn man auch einen großen Schreibtisch hat, dass man das komplett überdecken kann und mit Wärme versorgen. Wir machen weiter mit Infrarot-Tiefenwärme und bleiben eigentlich noch bei dieser Fußbodenheizung, wie ich es vorhin genannt habe. Aber jetzt haben wir eine ganz außergewöhnlich tolle Optik hier. Ja, das ist unser wirklich ganz, ganz besonderes Infrarot-Boden-Panel, aber mit Eichenparkett-Optik. Also hier eine ganz feine Eichenparkett-Optik und dann ganz fein hier verarbeitet an den Seiten. Und wir haben natürlich wieder hier unsere wunderbare Kabelfernbedienung auch dabei. Und ich sage Ihnen, genau das hier ist eigentlich auch perfekt für, wenn Sie jetzt mal so einen Wochenmarkt machen oder eben einen Weihnachtsstand leiten und Sie stehen da den ganzen Tag rum. Da können Sie sich hier draufstellen, es geht durch die Schuhe, in die Füße, in den Körper. Diese Tiefenwärme ist einfach wirklich das Beste und immer noch hier ganz niedrigen Energieverbrauch. Also es sind ja auch wieder nur diese 66 Watt, 70 Watt haben wir jetzt hier. Es ist einfach genial und es ist keine Verschwendung. Es ist nicht Wärme, die wird irgendwo rausgepustet und geht irgendwo hin, wo es nicht gebraucht wird. Die Wärme geht dahin, wo wir sie haben wollen. Also manchmal heizt man ja wirklich für die Katzen, man heizt so die Umgebung auf, die man gar nicht, wo man nicht ist, die einem wirklich nichts drin, außer dass es die Schleimhäute austrocknet und vielleicht auch ein bisschen eine trockene Haut macht. Hier geht die Wärme hin, wo sie gebraucht wird. Und zwar hier, ich sage Ihnen, warme Füße, warmer Körper, entspannter Geist und alles läuft viel, viel smoother sozusagen. Das ist echt schön. Ja, und um nochmal den Energiebedarf, also die Stromkosten anzusprechen, 70 Watt, das ist ein Stundenverbrauch. Und ich habe mir das gerade mal überlegt, wenn ich morgens mir zwei Scheiben toste, verbrauche ich, glaube ich, mehr Strom für die zwei Scheiben, als wenn ich jetzt hier mir eine Stunde warme Füße beschaffe. Also das ist einfach phänomenal. Und wenn Sie sagen, dieses Eichenpaket mit der Optik ist genau das Richtige für Sie, dann sage ich Ihnen jetzt gleich die Bestellnummer. Das ist die NX8924 und die 569. Aber Danny, was hier auch noch ein Riesenvorteil ist, von meiner Sicht aus, wenn es mal schmutzig werden sollte, das ist doch ganz leicht zu reinigen, oder? Das kannst du einfach hier abwischen, weil es ist ein Eichenpaket-Optik, aber ist eben hochwertiger Kunststoff. Den kannst du ganz einfach mit einem feuchten Lappen, und deswegen ist es auch geeignet für diese, wie du schon auch angesprochen hattest, Weihnachtsmärkte, Wochenmärkte etc. Das kann man ruhig mal ein bisschen beschmutzen, das ist nicht schlimm. Es ist ein hochwertiger Kunststoff, einfach abwischen und dann ist es auch wieder schön sauber. Und es ist wirklich auch mitzunehmen, ganz einfach praktisch, kommt mit so einem Gurt, können Sie unter den Arm nehmen und dann eben wieder mit nach Hause nehmen. Wenn Sie da ein Paket haben, sieht es natürlich eins zu eins super aus, wie bei uns hier oder eben draußen in der Bude, wenn Sie da arbeiten. Und dann auf endlich warme Füße. Und ich muss sagen, auch hier wird ein Männertraum warm, nämlich nie mehr kalte Frauenfüße im Bett. Ich muss da nochmal drauf rumreiten, weil ich das ja immer lustig finde. Da werden ja viele Witze auch drüber gemacht, aber das hat jeder Mann schon mal erlebt. Im Winter, man ist im Bett und plötzlich kommen die kalten Füße von der Frau rüber. Und man steht im Bett, weil die wirklich, das sind ja zwei Klimazonen. Ja, ich sage jetzt Frauen, weil meistens sind es Frauen. Es gibt mit Sicherheit auch einige Männer mit kalten Füßen und Frauen mit warmen Füßen. Aber das ist so die Regel, das wissen Sie selber. Also hier ist die Heilung, hier ist das Wundermittel, hier ist der Männertraum, der wahr wird nie wieder kalte Frauenfüße. Der Preis auch hier sehr, sehr günstig mit dieser unglaublich schicken, wie ich finde, Eichen-Pakett-Optik, da 45,28 Euro Cent. Und auch hier für die einzelne Person, also eigentlich für zwei Füße, bestens geeignet, die Bestellnummer ist die NX8924 und die 569. Aber auch hier hast du uns jetzt was Größeres mitgebracht, was man auch schon die richtige Lauffläche nennen kann. Und jetzt gehe ich wieder zu den Ständen, zu den Märkten, wo man eben lange so hinter einem Verkaufsdresen steht und dann auch mal von links nach rechts läuft. Aber hier hättest du in dem Fall die ganze Fläche abgedeckt und immer warme Füße. Genau, meistens steht man ja auch zu zweit in so einem Stand drin, das kenne ich auch. Aber eben hier für ein Kinderzimmer, wo vielleicht ein Parkett tatsächlich verlegt wurde, dann geht es schön Parkett auf Parkett. Diese Eichen-Pakett-Optik ist einfach ein Hingucker, muss man mal so sagen. Und es ist pflegeleicht, Sie wischen es einfach ab, wenn da mal was ausgeschüttet wurde. Passiert bei Kindern ja mal gerne, ist an alles gedacht. Toll verarbeitet, auch wieder hier diese wunderbaren Noppen unten drunter, damit man selbst, dass die Matte nicht rutscht, haben sehen Sie ja auch, hier schön so genoppt, damit die Matte auch satt auf dem Boden liegt und nicht rutscht, ganz, ganz wichtig. Und wir haben wieder so eine Kabelfernbedienung. Was ich auch noch nicht erwähnt hatte, war hier, dass wir einen Timer hatten von 1 bis 8. Also Sie können das 8 Stunden lang tatsächlich am Stück gerne laufen lassen. Und wie gesagt, auch da werden Sie es nicht auf der Stromrechnung sehen, weil bei maximal 210 Watt, da kann man wirklich drüber lächeln. Und trotzdem haben Sie dann 60 Grad Wärme, die da entwickelt wird. Und es ist so wohlig warm. Ich würde mich am liebsten hier hinlegen und ein kleines Nickerchen machen. So einladend ist es. Aber das Hinlegen ist ja gar nicht so. Also da kann man sich auch auf der Tiefenwärme an den ganzen Körper sprühen lassen. Einfach mal zum Entspannen. Warum nicht? Wenn Sie sagen, diese große Infrarotfußmatte ist das Richtige für Sie, bekommen Sie die natürlich auch wieder zum sensationellen TV-Sonderpreis. 93,77 Euro. Die Bestellnummer für die große Variante, das ist die NX8925. Und die 569, denken Sie bitte daran, dieser TV-Sonderpreis gilt immer nur zwei Stunden. Und das ist exklusiv für Sie als Perl-TV-Zuschauer. Hier sehen wir beide Größen links unten nochmal eingeblendet. Und die dazugehörigen Bestellnummern. Da jetzt das Richtige raussuchen. Und dann sind kalte Füße eben Vergangenheit. Und jetzt kommen wir zu etwas, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, ja, neuer Heizstrahler. Ja, aber hier haben wir ebenfalls was ganz Revolutionäres für mich, nämlich eine Infrarot-Heizsäule. Und die liebst du auch. Ich liebe sie und deswegen habe ich sie auch noch nicht angemacht. Ich möchte demonstrieren, wie schnell diese Heizsäule mit den Infrarot-Stäben sich erwärmt. Und auch was für eine wohlige Wärme. Und auch die Farbe ist auch sehr wohlig und warm für mich. Also ich bin von diesem Gerät hin und weg. Ich finde es wunderbar. Wir haben auch zwei Heizstufen und wir können sogar, ich mache es direkt mal auf Oszillieren, weil dann haben wir direkt so die Gegenstände, die Objekte in der unmittelbaren Nähe, die dann erwärmt werden. Und hier kommt direkt die Wärme an. Es macht direkt, es ist eine Genugtuung. Es ist so eine wohlige, schöne Wärme. Die geht direkt in die Haut. Nochmal möchte ich sagen, das Raumklima wird nicht erwärmt. Die Schleimhäute trocknen nicht aus. Die Haut wird nicht ausgetrocknet. Für mich, für jemand, der immer vorunter diesen Lampen arbeitet mit dem ganzen Make-up, wenn jetzt auch noch die trockene Heizungsloft kommt, dann ist es wirklich vorbei. Dann sehe ich knittrig wie eine Oma aus. Das geht nicht, das kann ich mir nicht erlauben. Deswegen ist Infrarot meine absolute Lösung für trockene Haut. Entschuldigung, dass ich da gerade reingefallen bin. Ich höre gerade, unsere Fußmatten sind schon riesengroß nachgefragt. Da bitte schnell sein, bevor sie ausverkauft sind. Aber was ich hier natürlich einen Riesenvorteil finde. Bei einem Heizlüfter wird immer natürlich auch geliftet. Das heißt, da ist ein Gebläse drin und das heißt, es wird auch Staub aufgewirbelt. Das ist ja hier auch nicht. Dann ist das auch für Allergiker bestens geeignet, oder? Ja, Allergiker, hören Sie mal, hören Sie was? Kaum, das ist nur die Oszillation, die Sie hier hören, weil der Motor dieses Gerät eben hin und her bewegt. Man hört da gar nichts. Es ist eine wohlige Farbe, dieser orangene Heizstab. Es ist Infrarot-Tiefenwärme. Das ist Ihre Wohlfühloase. Ob Sie die jetzt hier am Bürotisch stehen haben oder auch im Wohnzimmer, das ist ja dahingestellt. Sie können es tatsächlich, auch wenn Sie jetzt am Markt arbeiten, können Sie die auch in die Hütte stellen. Auch da ist es eine geniale Wärme. Ich sage Ihnen, alle Heiznüffel, die Sie haben, können Sie eigentlich wegwerfen. Jetzt kommt der da zu Ihnen und dann haben Sie wirklich alles auf einmal gelöst und trotzdem auch noch Energie und Platz sparen. Und ein tolles Design. Ja, wenn ich jetzt bedenke, Energie, ein Heizstrahler in dieser Größe hat mindestens 2000 Watt. Hier haben wir auch wieder wesentlich weniger. Und es ist doch eigentlich so, als würde die Sonnenstrahlen oder wir selber die Sonnenstrahlen auf unserer Haut spüren. Das liebt jeder. Und genau so, so können Sie das vergleichen. So fühlt sich Infrarot-Tiefenwärme an. Aber mit vielen Vorteilen nochmal. Hier wird auch die Luft eben nicht erwärmt. Auch die Luftfeuchtigkeit wird nicht verändert. Und wir schauen uns mal gemeinsam eine Pressestimme zu dieser Heizseule an. Und da sehen wir es. Ein Testergebnis. Viereinhalb von fünf Sternen. Der Sichler Indoor-Heizstrahler sorgt für angenehme Wärme, wenn es schnell gehen muss. Das Gerät überzeugt in der nahezu sofortigen Wärmeentwicklung bei seiner einfachen Bedienbarkeit. Und also das ist doch schön, unglaublich effizient, um das kurz zusammenzufassen und ganz einfach zu bedienen. Und er ist auch noch transportabel, hat so einen Haltegriff. Morgens mal mit ins Bad nehmen und wenn man unter der Dusche rauskommt, nicht mehr frieren. Man hat dann die Wärme. Und das ist eben das Tolle. Ihr, Diana, ist jetzt schon abends, wenn sie vielleicht friert, im Schlafzimmer. Im Schlafzimmer scheut man sich ja oftmals, die Heizung anzumachen. Und dann holt man sich einfach ein bisschen Infrarot-Tiefenwärme. Und das muss ja nicht die ganze Nacht sein. Einfach ein paar Minuten, bis man selber zwischenmlich warm ist. Und dann schläft man vielleicht auch besser. 46 Euro und 86 Cent ist ein hervorragender Preis. Das kann ich sagen für so eine Heizsäule mit Infrarot-Tiefenwärme. Und ich finde das phänomenal. Probieren Sie es aus. Jetzt in der Übergangszeit, ganz wichtig, aber auch im Winter. Wenn dann tiefster Winter ist, wenn es mal vorüber geht, so die kalten Füße, die kalten Hände sind, die man dann aus der Tiefe heraus wärmen will. Dann ist dieses Gerät Gold wert. Ja, wirklich Gold wert. Das ist der Wohlfühlfaktor. Also man sieht es mir vielleicht so ein bisschen an. Ich bin so, hm, so. Ich lasse immer diese kleinen Töne raus, weil das ist so entspannend. Also es ist wirklich auch diese Entspannungen, Verspannungen lösen, aber sich entspannen. Also man tut sich richtig was Gute. Und Räume bis zu zwölf Quadratmeter können Sie da mit erwärmen. Das heißt aber, die Gegenstände, die Leute, die Sachen, die im Raum sind, weil diese Raumluft wird nicht erwärmt. Die bleibt neutral. Die wird nicht vertrocknet, wie es sonst so ist. Nicht die Schleimhäute noch anreizen. Das machen Sie mit Infrarot-Wärme nicht. Es geht in den Körper, regt den Stoffwechsel an, verbrennen Sie ein paar Kalorien, wärmen Sie den Körper von innen. Oh, dann fühlen Sie sich endlich wohlig, gut. Kein Stress, kein Zoff um die Heizung. Sie nehmen sich Ihre Wärme dahin, wo Sie sie wollen und wärmen sich auf. Und zwar richtig schön, so gesund ebenso. Richtig tolle Wärme. Und ich sage Ihnen hier nochmal die Bestellnummer. Das ist die NX5431 und die 569. Ein unglaublich günstiger TV-Sonderpreis, weit unter 50 Euro exklusiv für Sie übrigens als Pearl-TV-Zuschauer. Sie sehen, Infrarot-Wärme ist für mich eigentlich die angenehmste Wärme, die man erleben kann. Und Sie können die erleben. Ob das am Anfang unser faltbares Panel war, Infrarot-Panel oder die Infrarot-Fußmatten oder dann diese Infrarot-Heizsäule. Sie liegen auf jeden Fall richtig. Und wenn Sie es einmal ausprobiert haben, werden Sie uns beiden zustimmen. Dessen bin ich mir sicher, wie angenehm diese Wärme ist. Also machen Sie es sich gemütlich und meine Herren, machen Sie Ihre Frauen glücklich. Also machen Sie es sich gemütlich.